Aber voll, ich hab's genau gesehen. Ja, super, geh weg. Die Fresse. Komm, geh weg. Geh in Schatten. Was sagt er? Soll ich immer zuhören? Nee. Rendezvous with one stroke and sun at King. Ach, ich muss zur King Station, wenn's weiter nix ist. Na dann. Warum haben sie es nicht gleich gesagt? Hätten sie die ganze wieder aufsparen könnten. Da geht's runter, ich glaub, da muss ich hin. Hm, da muss ich sogar hin, cool. Öltank! Der nicht hoch geht. Und ich wär von hinten angeschossen, halt die Fresse. Aua. Ach so, Granaten sind das. Ja, leck mich doch im Arsch, wo ist er denn? So. Der sagt auch nix, steht da oben und sagt nix. Ich steupt mich direkt. Der ist einfach so aufgetaucht, ey. Ja, komm, ey. Überall ist bloß wie Excalibur. Wie Excalibur. Da. Ja, ich hab immer gleich wie ich kann. Ja, ich hab immer die gleichen Füße. Das ist cool. Die sind nie nass oder vom Feuer irgendwie anders. Die sind immer gleich. Das wär auch viel zu viel Arbeit. Und wir schauten schon auf die Füße. Ja, das ist gefährlich. Der ist ja fix, was wollen jetzt? Der ist da. Ach, Feuer? Irgendwas. Scheiß Dreck, Ding. Ach genau. Naja, es ist feucht. Der hört sich feucht an. Aha. Aha. Uwa. Ist der schnell. Ich brauch wieder so'n scheiß Medipack, ey. Au, geh weg. Da ist doch. Es ist cool gemacht, damit, dass die Gegner so da, wenn ich die ganze Zeit die Beine schießt, das an Humpeln. Das ist cool gemacht. Das ist wirklich cool. Aha. Na. Achso. Nicht rüber gehen. Heißt es glaube ich. Aha. Ja, da ist meine Rüstung. Meine heiß Geliebte, die ich jetzt eh... Find' ne andere aber für Idiot. Da ist zu. Ach, über den... Ah. Intelligent, ey. Ja. äh... Reloading! Wählen der Mission Formal nochmal für 2 der Eismission und man ganz leise sein muss und dann alle 3 Minuten Reloading schreit ganz unerfällig Ah! Voltage! High Voltage! Ja klar, ich bin doch nicht blöd, hey! So Aua! Aua! Ah cool, da ist ja auch ein Ding ins Ding mit dem Köchen rum Laser? Cool, Laser! Yeah, ich hab'n Laser! Den muss ich voll in die Augen halten, da wird er blind Dann schießt er sie immer so Laser ist cool Aha! Eingebrochene Warn! Dann muss ich durch! Aha! Tunnel! Dann muss ich auch durch! Gegner? Kenn ich! Schwede Gegner muss ich weiter folgen der Spur Hey! Ich muss der Spur voll leicht folgen! Nee, ich glaub'nicht, dass der runterfall... Also... Der fällt doch nicht runter! Oh mein Gott, der fällt runter! Ah! Ich bin tot! Ja, was soll jetzt die Karte, Alter? Ja, gut! Ist das scheiße! Was sollte ich jetzt da machen, bitte? Sollte ich jetzt... Das will ich nochmal machen! Also, ich bin jetzt da! Zug runter! Irgendwer... Vielleicht soll ich da hinten mal hin? Oh, ja, ja! Ach so! Oh, wieder schwarz-weiß, kacke! Oh, ja! Am besten renne ich einfach durch! Hä? Gehst du noch? Einmal nur überzünden! Ich glaube, das ist nicht die ideale Waffe! Ach, renne ich einfach mal! Scheiße! Ui! Ich fühl mich nicht oben drin! Ah gut, ich bin oben! Hey, Alma! Servus, du Alkohol! Schachtel! Das ist da hinten offen! Jo! Ich bin schon wieder in der U-Bahn drin! Ich glaub's nicht, ey! Das ist alles verflechtet! Ich will mal an die Oberwelt wieder! An die Oberwelt? Unterwelt? Geh weg! Ich bin gerade im Boot Guard! Ich bin zum Mid Guard! Ich bin zum Mid Guard! Gegner ist da, das Gegner ist schön. Oh mein Gott, ein Gegner. Ich glaube, den wird nicht gleich hauen. Mit seinem großen Ellbogen. Aha. Das ist ja... Aha. Haben wir uns schon wieder. Aha. Ich hoffe, das spielt jetzt bald aus, ey. Ich habe da gerade einen scheiß krassen Laser-Store gesehen, ey. Ja, du Idiot, geh doch weg. Ich brenne dich damit durch, Alter. Yeah, du brennest, du brennest. Ähm. Ich höre dir nicht zu, halt die Fresse, ich gehe einfach den Weg lang, den ich sehe. Ich habe nicht verstanden, doch noch mal. Und schon wieder die Tür ist zu, ich konnte einfach da auf Schnurstocks... Bam, bam, dann wäre ich doch schon da. Und so muss ich umwege gehen und noch mehr Gegner töten. Oh mein Gott, das töten nimmt nie ein Ende. Ja, war cool, man. Ja, ja. Ja, bleib stehen, Alter. Ja, fett, Alter. Ah, ja. Er hat seine Scheiß-Sekundär-Waffe gezogen, ey. Krass. Swap, diesel, brauche ich alles nicht. Schlott leben wir jetzt noch, bevor er dann im Kampf dann einen Schuss raushaut. Ach, da hinten kann jemand aufheben. Mit meiner geile Brille sehe ich das. Was ist das? Ach so, irgend sowas. Äh, die sehe ich mir sowieso nicht durch. Wer liest denn schon im Ego-Schutz-Spiel was? Was ist das? Ah, Mist, das können ich brauchen, da gehe ich nochmal rein. Oh, ich stehe in Flammen, in Flames. Man in Flames. Ja, ich stehe in Flammen, in Flamme, 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 in Fl